Bhagavad Gita, Vers 2.20 Für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod. Auch hört sie, da sie einmal war, niemals auf zu sein. Sie ist ungeboren, ewig, immerwährend, unsterblich und urerst. Sie wird nicht getötet, wenn der Körper erschlagen wird. Erklärung Der Qualität nach ist das winzig kleine fragmentarische Teil des höchsten spirituellen Wesens mit dem höchsten Eins. Im Gegensatz zum Körper ist es keinem Wandel unterworfen. Manchmal wird die Seele auch die immerwährende Kutashta genannt. Der Körper unterliegt sechs Arten des Wandels. Er wird im Mutterleib geboren, bleibt dort für einige Zeit, wächst heran, zeugt Nachkommen, wird allmählich alt und sinkt schließlich in Vergessenheit. Die Seele jedoch ist solchen Wandlungen nicht unterworfen. Die Seele selbst wird nicht geboren, aber weil sie einen materellen Körper annimmt, wird der Körper geboren. Die Seele wird nicht geboren, und die Seele stirbt nicht. Alles, was geboren wird, muss sterben. Und da die Seele nie geboren wurde, kennt sie weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft. Sie ist ewig, immerwährend und urerst. Das heißt, es gibt in der Geschichte keine Spur ihrer Entstehung. Unter dem Einfluss der körperlichen Vorstellung suchen wir jedoch nach dem Zeitpunkt ihrer Geburt und so weiter. Die Seele wird im Gegensatz zum Körper niemals alt. Daher fühlt der sogenannte alte Mann, dass er das gleiche spirituelle Wesen wie in seiner Kindheit oder Jugend ist. Die Seele wird von den Wandlungen des Körpers nicht berührt. Die Seele verkümmert nicht wie ein Baum oder irgendetwas anderes Materielles. Die Seele hat auch keine Nachkommen. Die Nebenprodukte des Körpers, die Kinder, sind auch verschiedene individuelle Seelen. Und nur weil ihre Körper von anderen Körpern erzeugt wurden, erscheinen sie als Kinder bestimmter Eltern. Der Körper entwickelt sich, weil die Seele anwesend ist. Aber weder hat die Seele Abkömmlinge, noch unterliegt sie dem Wandeln. Daher ist die Seele frei von den sechs Wandlungen des Körpers. In der Katha Upanishad finden wir einen entsprechenden Vers. Die Übersetzung und Erklärung ist die gleiche. Wie die des Bhagavad-Gita-Verses. Aber hier in diesem Vers gibt es ein besonderes Wort. Vipaschit. Es bedeutet gelehrt oder mit Wissen. Die Seele ist immer voller Wissen bzw. Bewusstsein. Daher ist Bewusstsein das Symptom der Seele. Selbst wenn man die Seele nicht im Herzen findet, so kann man doch ihre Gegenwart sehr einfach durch die Anwesenheit von Bewusstsein erkennen. Weil sich Wolken vor die Sonne geschoben haben oder aus irgendeinem anderen Grund, können wir sie manchmal am Himmel nicht sehen. Doch ihr Licht ist immer da und daher wissen wir, dass es Tag ist. Sobald es frühmorgens ein wenig hell wird, können wir verstehen, dass die Sonne aufgegangen ist. In ähnlicher Weise können wir auch die Gegenwart der Seele verstehen, da in allen Körpern gleichgültig ob Mensch oder Tier Bewusstsein vorhanden ist. Dieses Bewusstsein der Seele unterscheidet sich jedoch vom Bewusstsein des Höchsten, da das höchste Bewusstsein allumfassendes Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besitzt. Das Bewusstsein der individuellen Seele hat die Neigung zu vergessen. Wenn sie ihre wahre Natur vergisst, erhält sie aus den erhabenen Lehren Krishnas Erziehung und Erleuchtung. Aber Krishna ist nicht wie die vergessliche Seele. Wenn Krishna vergesslich wäre, würden seine Lehren in der Bhagavad-Gita nutzlos sein. Es gibt zwei Arten von Seelen. Die winzig kleine Seele, Anu Atma, und die über Seele, Vipo Atma. In der Katharupanishad finden wir einen ähnlichen Abschnitt. Er lautet. Sowohl die Überseele, Paramatma, als auch die winzig kleine Seele, Jiv-Atma, sitzen auf dem Baum des Körpers im Herzen des Lebewesens. Nur wer von allen materiellen Wünschen und Klagen frei geworden ist, kann durch die Gnade des Herrn die Herrlichkeit der Seele verstehen. Krishna ist auch der Ursprung der Überseele, wie in den folgenden Kapiteln enthüllt werden wird. Und Arjuna ist die winzig kleine Seele, die ihre wahre Natur vergisst. Daher ist es für sie notwendig, von Krishna oder seinem echten Repräsentanten, dem geistigen Meister, erleuchtet zu werden.